Grüß Gott. Oh, was gegen den Durst. Auch ja. Aber ohne Inhalt. Haben Sie es schon mal verwendet? Nein, wir haben es noch nicht verwendet. Reine Dekoration. Und wissen Sie was dazu? Ja, das ist aus der Erbschaft meines Vaters. Der hat drei Stück von der Sorte. Und er war ein großer, leidenschaftlicher Krügesammler überhaupt. Und hat sich auch die dann wahrscheinlich irgendwann mal zugelegt. Ich kann es jetzt nicht sagen, wo sie herkommen. Und ja, verstorben, wie gesagt. Unsere Wohnungseinrichtung passt da nicht dazu. Oder der Krug passt nicht zur Einrichtung. Und darum haben wir gedacht, jetzt schauen wir mal, was der Markt da so sagt. Und darum sind wir auch gerne zu Ihnen gekommen. Haben Sie sich schon mal beschäftigt damit, was es sein könnte? Wie her, wie alt? Also, wenn man jetzt die Internetrecherchen so angeht. Okay, das muss irgendwo mal aus dem Mittelalter heraus Krüge gewesen sein. Wahrscheinlich ja für den Adel oder bei Hofe. Weil das ist ja doch recht aufwendig gemacht oder sowas. Aber vom Alter kann ich jetzt gar keine Auskunft geben. Und ja, das heißt ja, das soll ja eine Nachbildung sein. Ich weiß es nicht. Heißt es. Heißt es, ja. Gut, dann schauen wir uns doch mal genauer an. Aber die Darstellung, die werden Sie kennen, oder? Oder was abgebildet ist. Ja, das sind die Apostel. Die zwölf Apostel, genau. Deswegen nennt man diesen Typ auch Apostel Krüge. Ja. Es ist sehr, sehr bekannte Typ. Kommt aus Kreussen. Kreussener Steinzeug. Das ist in der Nähe von Bayreuth. Nürnberg. In der Franken gelegen, genau. Und zwar hat Kreussen vom 15. bis ins 18. Jahrhundert, gibt es dort Töpfereien, die Steinzeug machen. Am Anfang eher hellscherbig, also weiß, gelb. Und dann beginnen Sie schon im frühen 16. Jahrhundert eben mit dunklem, mit rotem. Das ist eisenhaltige Erde. Deswegen mit rotem Steinzeug. Und ebenfalls schon so von den 15, 20er, 30er Jahre an beginnen Sie, die farbig zu machen. Und zwar nicht nur mit Ölfarbe bunt anzumalen, sondern mit Emaill einzubrennen. Das ist wirklich was ganz Besonderes. Denn der Vorzug der Keramik gegenüber Goldschmiede arbeiten bei solchen aufwändigen Sachen ist ja eben, dass man es bunt haben kann und Farben haben kann. Und das sind also solche Emaill-Dekorationen und die Formen selbst. Die Figuren hier sind im Relief. Die werden dann aus Matrizen, aus Modeln geformt sozusagen. Und deswegen ist es auch eine massentaugliche Produktion. Also nichts ganz so Seltenes. Jetzt nicht, weil Sie sagen Kurfürsten und Könige, nicht nur, sondern Bürgertum, Reiches Bürgertum hat das durchaus auch. Aber, ein grosses Aber. Ja, diese Tradition bricht Ende des 18. Jahrhunderts ab. Es gibt da eine Geschichte, die immer wieder erzählt wird, dass der letzte Krugmacher in Kreußen im Winter ein Loch in ein Weiher gehackt hat, seine ganzen Utensilien hineinwarf und hinterher sprang. Und damit war die Ära der Krugmacher in Kreußen erst mal beendet. 1789. Genau, sagt man. Ja, so Ende. Genau, sagt man. Und wir haben es hier mit einem Krug zu tun, der bei Weitem nicht so alt ist, aber diese Tradition wieder aufgreift. Und er ist ja auch signiert. Wir haben hier unten drunter, sieht man dieses VS. Das ist die Manufaktur Seifert. Seid Seifert. Genau. Im Kreußen. Und die werden auch heute noch hergestellt. Es ist eine wunderbare Handwerksarbeit und es ist toll, dass diese Tradition nach wie vor noch so bewahrt und gepflegt wird. Es gibt auch solche Krüge Ende des 19. Jahrhunderts. Und da ist es dann schon schwieriger, das klar festzustellen. Ist es ein Original oder ist es dann wirklich eine Nachahmung? Bei diesen Seifertschen Krügen ist es eindeutig, denn das ist wirklich die Handwerkskunst, die hier heutzutage angewandt wird. Seit den 1970er-Jahren, also ob das jetzt 1975 oder 1998 ist, kann ich jetzt hier nicht sagen. Das könnte ich auch nicht sagen. Wahrscheinlich könnte man zur Not dort selber noch nachhaken. Seit 1980 ungefähr hat der Schwägervater die Mutter gehabt. Eben, genau. Also nicht 16. und das wirkt sich natürlich beim Freis aus. Ja, also man kann die Krüge noch erwerben. Der dürfte aufgrund dieser wirklich hochwertigen Handwerkskunst so um die 500 Euro kosten heutzutage. Im Auktionshandel sind sie mitunter günstiger, wie das häufig so ist. aber selbst wenn er jetzt nicht in ihre Einrichtung so richtig reinpasst, manchmal schaut man es sich auch schön, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt. Also handwerklich ist es ein sehr, sehr schönes Stück. Ja, und wirklich das dann lieber zelebrieren und in Ehren stehen lassen. Schön. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. 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 Applaus Dankeschön. 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 Dankeschön.